So, alles klar. Läuft. Verflucht. Keine Mund mehr. Gar nicht mehr. Ne. Okay, warte. Ich mach. Ich bin ein Zombie. Lol, jetzt ist der hinter der Bank verschwunden. Ja, warte, ich mach, du bist zu laut. Das ist ja nicht ganz unrecht. Ja, komm, Abflug. Komm her. Wie mit so'n Hund? Ja, komm her. Wir sind der Supermarkt. Keine Ahnung. Ja, komm auf den Map. Du bist witzig, wir stehen auf offener Straße und kamen drei Zombies hinter uns. Ah, hier ist die Schule, die können wir auch mal mitnehmen. Ja. Ich könnte mir nur noch einen Gillis-Jud anziehen, dann hab ich einen neuen Rucksack. Ja, wieso eigentlich nicht? Also, könnt ihr ja mal... Oh, hier liegt die Führung. Alter, hier liegt richtig derbe viel Zeug rum. Wäre ja mal richtig sinnvoll, Luca. Aber das Problem ist mit den ganzen Zombies. Wir müssen erstmal gucken, dass wir die loswerden. Weil ich zieh mir jetzt nämlich mal kurz hier... We are Gillis-Jud. Warte mal, ich werd angerufen. Warte mal, ich werd angerufen. Okay. Jetzt bin ich zu still. Scheiße, ey. Gulp. Jetzt mal wieder runtergeschluckt den Kram. So, da ich jetzt einen neuen Rucksack habe, kann ich das da reinpacken? Komm, was hab ich? Gier. Da drüben noch markieren. Eine Soda. Hier hinten sitzt der Max. Eine neue Bandage. Komm, scheiß auf Bandage. Und Makarov, hier liegt überall Makarov-Munition. W-w-w-w. W-w-w. 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 Äh, wir können die Aufnahmen fertig machen, dann hab ich aber keine Zeit mehr leider. W-w-w. W-w-w. Hm? Die Aufnahmen machen wir jetzt noch fertig, und dann hab ich aber keine Zeit mehr. Mh, hier hinten liegt Punkt 45 ACP. Ja, Moment. Wo denn? Und, äh, noch mehr Punkt 45 ACP. Wo denn? Hinten in dem letzten Raum, in der ersten Etage, unten. Ah. Ganz unten. Wo jetzt? Hier. Da, wo ich vorstehe. Da, wo ich vorstehe. Ja, ich bin grad nicht bei dir. Ah ja, ich wollt's ja nur... Hier ist ein Zombie oben. Was soll ich neben, Revolver oder ein, äh, 1911? Hm? Revolver oder 1911? 1911? Wie gesagt, sind mehr Kugeln drin im Magazin, ne? Ja. Ja, aber ich glaub, der Revolver ist stärker. Wo ist denn hier der Punkt 45 ACP, oder wenn du gerade hattest? Der ist in der untersten Etage. Das sind zwei. Ja, ach, was mir einfällt, was auch in dem Rucksack drin waren, der jetzt weg ist, sind, äh, die ganzen Wasserflaschen. Wie viele waren das denn? Vier. Oder fünf. Wo sind denn hier die Punkt 45 ACP? Wenn du runter kommst, rechts in dem hintersten Raum. Vier. Lass doch mal da rein. Hier liegt ne neue Pistole. Ne Makarov. Hier liegt ne Makarov, Marc. Achso, die Makarov, da oben hat die auch schon gefunden. Ja, die nehm ich jetzt gerade mal mit. Wieso das denn? Weil ich... Alter, Alter! Oh, fuck, ich hab Problem. Oh, scheiße. Oh, fuck, 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 fuck. Hier liegt ne Aliceberg übrigens. Ja, ja, ich weiß den, hab ich da gerade hin vervielfältigt. Oh, Gott. Du schießt? Hm. Ich blute natürlich, ja, ist klar. Oh, Moniz hat meine... ...Botschafter. War man klar. Ähm... Was kann weg, was zu trinken kann nicht? Ach, ne. Ach, ne. Also, meine Bandage kann wegsuchen. Kann ich noch das Magazin mitnehmen? Alles auch noch mal wieder? Hm. Hm. Okay. Ich bin grad still ein bisschen, ne? Ah, ich war grad ein bisschen verwundert. Äh, eine leere Wasserflasche hab ich. Alter! Geh raus. Na, come on. Ich hör schon wieder so einen Behinderten. Äh. Na, komm mal ran, du Mistjunge hier. Na, bitte. Sauberer Durchschuss. Ja. Gier. Ähm, da muss ich mal kurz gerade hier... ...das hinlegen. Und aus meinem Rucksack... ...was zu saufen holen. Ich bin so dämlich, ne? Wie kann nur ein Lukas so dämlich sein, ey? Ohne Witz. Na, dann musst du aussehen, wieso dann geht das. Ach, Gebruhe. Was das war? So, ab zum Supermarkt. Vergiss immer oben das Dach. Stimmt. Warst du da schon? Ja, ich bin grad oben drauf. Ja, ab zum Supermarkt. Hast du Morphin mitgenommen? Ich hab so... Ach, scheiße, das war alles in meinem Rucksack, glaub ich. Ah, warte mal. Ich glaub, ich hab nur ein Morphin mit. Warum? Willst du springen, oder was? Wäre eine Idee gewesen, hätte ich Bock drauf, aber... Ich bin beim Supermarkt, ne, nur damit ich dich nicht wunders. Ja, ja, einmal viel hab ich mit. Naja, egal. Was so... Oh, Gott. Makar! Das war ne Makarov, ne? Ja, ja, da liegen ne ganze Menge Magaziner dafür, um ich weiß. Äh, wie sollst du dich nicht mitgenommen? Ich bin schon im Supermarkt. Ja, ich hab, glaub ich, auch noch ein Magazin für dich. Und ich glaube, zu dir laufen grad die ganzen Zombies. Hm. Das hast du feinerkannt. Fall um! Na bitte. Oh, komm jetzt im Supermarkt nicht rein, ich komm hinten rum. Da ist alles voll mit Zombies. Da hinten steht ein Zelt. Steht? Steht, ja. Ist was drin? Guck ich gerade. Ne, nix. Ist wahrscheinlich nur jemand aufgestellt, weil er wissen wollte, wie es funktioniert oder so. Und er legt... Ne... Äh... Ne, die entfiegt. Ne mit. Ich hab ne Winchester. Oh fuck, keine Mund mehr. Oh... Lauf, du Sau. Oh, ich krieg jetzt gerade ein Problem. Gewinner. Hier liegt der Rucksack hinten drin, ist ein sag-back-back-glaubig. Na, aber, hier liegen ne .45 ACP. Äh, ich hab' noch kein Platz auf the hizofer. Leute, mein Visier ist gerade normal von dem complete Sniper. Ja, ich weiß, dass da eine Einstellung ist oder ob der Bug ist, oder? doch das ist ein Back mitgefunden mit dem das war eigentlich ganz geil manchmal ich habe den Fall das ist mir eine neue Wasserflasche ja ich habe eine volle eine Leere achte ich wollte den gerade erschießen aber ich höre noch ein an hier ist einer oh mein Gott also du bist auch schon bei mir mit drin Dachst du gerade? ne ne ich dachte gerade nur weil die Zombies da durchkommen dass die bei dir schon vorbei wären ne ne Makarov Munition und Pain Killers kann man die eigentlich hier so durch abballern? durch die Fenster? ja kann man ja kann man wenn man trifft hab ich blöd was willst du denn? b ach ich dachte gerade der kommt gerade hin mit Cloud so ich finde mir schon wieder weg Ballander was machen die Zombies da? voll was machst du da? Ich? Ich musste gerade nachla... Oh Gott. Alter, wie gut, dass das nicht viele sind oder so. But now you're in my way. Ja, ist so. Oh nein, die kommen von hinten. Oh fuck. Ich muss hier lang. Ich habe keine Munde mehr. Wir sollten hier ganz dringend abbauen. Das sehe ich auch so. Oh mein Gott, der lebt noch. Oh mein Gott, da kommt einer durch die Wand.